Vielen Dank auch von meiner Seite für die Einladung zum Parteitag. Rede hier für Doro Zinke, die leider erkrankt ist, die aber trotz alledem gerne hier gewesen wäre. Und natürlich ist, glaube ich, auch bekannt, dass gerade das Thema Europa von ihr ein wichtiges Anliegen ist, da sie ja auch ein paar Jahre in Brüssel tätig war. Für mich oder für uns als Gewerkschaften haben wir ja nochmal eine andere Verfasstheit. Wir haben einen Europäischen Gewerkschaftsbund, wo wir zusammenarbeiten, wo wir in den letzten Jahren wirklich viel Energie reingelegt haben, dort auch auf europäischer Ebene zusammen mit den anderen Dachgewerkschaften aus den europäischen Staaten Dinge gemeinsam zu initiieren. So gab es etliche Aktivitäten, gab es einen Alternativen im Jugendkongress im letzten Jahr hier in Berlin, parallel zu den europäischen Staatspräsentanten. Gab es hier sozusagen die Einladung an die europäische Jugend, hier tätig zu sein, um auch aufzuzeigen, der Pakt für die Jugend, den man da gemacht hat, ist eigentlich eine verlogene Aktivität, weil die Mittel, die dafür eingeplant sind, oder die zumindestens erzählt wurden, dass man sie einplant, schon lange in der Planung waren. Da gab es überhaupt keine Neuausrichtung der Finanzen, sondern nur ein Zusammenlegen aller Aktivitäten. Die Situation in den südeuropäischen Staaten wurde hier schon berichtet. Wir hatten im letzten Jahr eine Konferenz in Paris mit der GCT und der französischen Dachorganisation CCOO, wo wir mal die Reformen, die in den Staaten stattfinden, diskutiert haben. Zu dem aktuellen Zeitpunkt war gerade die Arbeitsmarktreform von Hollande aktuell. Unsere spanischen Kollegen haben über die Rentenpolitik geredet. Und wir konnten natürlich darüber berichten, welche verheerenden Entwicklungen auf dem Arbeitsmarkt die Hartz-Reformen geführt haben. Und da war mehr als deutlich, in dieser Europäischen Union gibt es nicht ein soziales Europa, sondern dafür müssen wir kämpfen. Und dazu brauchen wir nicht nur starke Gewerkschaften, sondern dazu brauchen wir auch eine linke Organisation in den Parlamenten, die dort unser Gehör findet, mit der wir dort zusammen auch arbeiten und kämpfen können. Sebastian hat ja schon sehr eindrucksvoll geschildert, welche Dinge er jetzt in Wien macht. Davor war er ja bei uns aktiv und hat insbesondere die polnische Ebene, also die deutsch-polnische Zusammenarbeit geprägt. Wir haben halt, vielleicht wisst ihr es nicht, aber ist vielleicht erwähnenswert, wir haben einen internationalen Gewerkschaftsrat, wo wir mit Solidarno, OPZZ und Forum und natürlich der DGB zusammen halt aktiv zusammenarbeiten. Der trifft sich regelmäßig, wir haben auch diese wieder Konferenz. Und dort ist halt für uns auch immer wieder interessant zu erfahren, welche Aktivitäten halt polnische Werkschaften dort machen und wie dort auch aktiv gegen die Reformen, die die Regierung dort anstreben, vorgegangen wird und wie gut man sich da austauschen kann. Insofern ist es für uns nicht immer eine Geschichte, die halt fern weg ist, sondern wo wir halt feststellen, die ist halt nah dran. Und da müssen wir uns zusammen verbünden, um halt Aktivitäten gegen Rentenreformen oder auch gegen andere Aktivitäten zu machen. Der eine oder andere hat es vielleicht mitbekommen, gestern war in Brüssel eine große Demonstration des Europäischen Gewerkschaftsbundes. 50.000 Kolleginnen und Kollegen kamen da zusammen europaweit, hätte man vielleicht auch nicht unbedingt am Wochentag machen müssen. Ist aber eine andere Diskussion, denn wären es vielleicht auch mehr gewesen. Nichtsdestotrotz waren dann eine Menge Kolleginnen und Kollegen dabei, um halt klar zu machen, wir als Gewerkschaften sind gegen die Finanzpolitik der Europäischen Union. Wir sind für eine Sozialunion, wo wirklich darum geht, dass man halt gemeinsam sich nicht an den Schlechtesten ausrichtet, sondern dass man gemeinsam eine Einheit schafft, wo es halt wirklich darum geht, die bestmöglichen Regelungen für alle europäischen Arbeitnehmer und Bürgerinnen und Bürger zu finden. Insofern findet euer Antrag, den ihr beschlossen habt, oder nee, den ihr noch beschlossen werdet, Zuspruch. Und, nee, ich glaube noch nicht, dass man den Protokoll so erwähnen darf. Und eine wichtige Geschichte finde ich auch, die hat Lucia mangesprochen, 1. Mai. Also es ist ja nicht nur ein Affront gegen die Flüchtlinge, sondern ich finde es auch ein Affront gegen die Gewerkschaften, am 1. Mai zu demonstrieren. Und hier ist natürlich klar, nicht nur als Linker Neuköllner, sondern so oder so als Berliner, dass man an der Stelle zusammen mobilisiert. Also klar haben wir eine etwas größere Demo noch selber am Hacken, in Anführungsstrichen, also in der Organisation, aber nichtsdestotrotz ist klar, dass wir halt Kolleginnen und Kollegen zu beiden Demonstrationen aufrufen werden und dort auch zu mobilisieren, weil die Geschichte geht auf alle Fälle nicht, dass man auf allem mal an irgendeiner Art und Stelle denn mehr berichtet über die Aktivitäten der Nazis in Berlin als von Odens. Wir wollen eigentlich nur, dass unsere Demonstrationen in der Mitte und natürlich die 1. Mai-Geschichten in Kreuzberg friedlich natürlich aufgenommen werden und dargestellt werden und nicht mehr. Insofern bleibt auch hier vielen Dank für die Zusammenarbeit, weil gerade bei den Aktivitäten für Flüchtlinge und bei den Aktivitäten gegen die Nazis trifft man sich immer wieder an Demonstrationsorten und Grundgebungsorten. Und insofern ist es für uns immer wieder gut, solche Partner an dieser Stelle zu haben und ich hoffe, dass es umgekehrt genauso ist. Also erstmal vielen Dank. Applaus 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 Untertitelung des ZDF, 2020